ja hallo und herzlich willkommen liebe community zu einer weiteren folge station ist hier auf der venus mit mir dem krisi und ja wir können ja jetzt heute mal weitermachen mit dem kram den wir so machen wollten in der letzten folge 1212 grad sehr schön minus 104 sehr schön ja also ich würde sagen wir fangen mal mit der co2 extraktion und kühlung an dazu brauchen wir auf jeden fall noch eine atmosphäre wir haben da zwar noch eine aber die werden wir jetzt hier dann noch irgendwann integrieren die hinten beim stickstoff lassen wir mal und wie ihr seht ich habe auch ein bisschen fußboden jetzt verlegt hier ja weil das ging mir alles ein bisschen auf den sack hier dass wir hüpfen müssen wir wieder alles hochnehmen weil wir hier noch bauen müssen aber ja so können wir es jetzt erstmal lassen ja fußboden habe ich verlegt und ansonsten habe ich nichts weiter gemacht wir werden jetzt mal gucken dass wir noch eine atmosphäre x bauen möglicherweise muss ich noch form gehen was ich wieder vor der folge nicht gemacht habe aber so ist es eben manchmal man nimmt sich was vor und macht es dann doch nicht naja wir menschen sind so nicht besonders ja aber wir haben ja noch andere sachen zu tun deswegen denke ich mal nicht dass das jetzt große rolle spielt also hier habe ich auch noch aufgeräumt ja seht ihr ja hier ist ja der der durchgang ist jetzt ein bisschen besser ja so das haut jetzt hierhin den stacker und so brauchte ich gerade nicht mehr und den elektroofen habe ich jetzt auch zurückgebaut soweit alles klar so jetzt machen wir mal licht an dann können wir die taschenlampe ausmachen wir brauchen atmosphäre x genau bauten wir bauen wir die da drin eigentlich nein ich werde es immer wieder immer wieder muss ich das überlegen doch ja gold ach ich wollte gold besorgen war das nicht so ach irgendwie so war das glaube ich habe die falsche taste drückt gold kommt natürlich wieder zum schluss raus sehr schön wir brauchen also eine atmosphäre x also eine zumindest dann brauchen wir ein paar kabel aber die haben wir ja noch hier 47 stück rohre haben wir noch passiv vent haben wir auch noch wir brauchen ja noch einen zweiten passiv vent wir nehmen mal die drei mit hier nein falsche taste drückt so die bitte darauf passiv vent brauchen wir was brauchen wir noch ein chip und so nachher für den druck und so das machen wir dann noch wir brauchen ich habe auch noch ein rohr das können wir mitnehmen wir brauchen eine volumenpumpe möglicherweise braucht man eine volumenpumpe die eigentlich nicht wir brauchen auf jeden fall noch einen einen heat exchanger mensch wieso geht denn das hier nicht hier irgendwie ist das komisch aber auch wieder stahl genau den haben wir hier drin haben wir haben wir ach mensch ist es mit diesem ommisch stecke hier immer das ist schon ein bisschen anstrengend aber gut das ist wie es ist so stahl die stahl in die exchanger wollen wir noch weil wir können uns ja nicht direkt an die kälteleitung ankoppeln das geht ja nun nicht die exchanger und dann brauchen wir noch was brauchen wir noch ein ventil wäre noch schön oder vielleicht sogar 1 reichen digital ventil digital ich glaube das können wir nicht bauen ach doch da brauchen wir in war immer haben wir haben wir haben wir haben wir haben wir es wird immer geiler also alles ohne elmo für uns ich werde eure in war in war in war es immer hier muss immer rein ich wusste dass wir irgendwie was brauchen für dings aber ich wusste nicht mehr was aber in war war es ja okay so jetzt müssen wir noch mal ganz kurz gucken dass kette brauchen wir nicht irgendwo platz im schrank ist noch platz genau das brauchen wir noch nicht den dings hier brauchen wir nicht wo haben wir die volumen pumpe brauchen wir eigentlich auch nicht kann man auch noch mit drauf tun die ist jetzt zwar rot aber ist egal so wir müssen mal jetzt schränke bauen große schränke das müssen wir mal den raum ein bisschen erweitern so digital okay da brauchen wir jetzt bloß ein stück von dann brauchen wir noch ein ic10 plus gehäuse der wird dann nämlich die ganze sache mit dem co2 steuern haben wir jetzt brauchen wir noch ein ic10 ich weiß aber nicht ob wir jetzt eins bauen können oxygen low alles klar filter an wieder aus solder und körper ach mensch eines jetzt hier hier ist jetzt das sol da drin kupfer da war doch irgendwas mit kupfer war da nicht irgendwas nehmen wir doch aber ich doch würde ich gerade sagen ich habe da ohne ende kupfer gesammelt bald habe ich raus was wann rauskommt immer das was wegrollert kommt ja zuerst raus das wissen wir ja inzwischen so ec10 haben wir ein gehäuse und jetzt brauchen wir noch ein c10 chip da gibt ich immer den 10 ein dann kommt der gold gold ach jetzt müssen wir das gold wieder rausholen wie sagt kommt doch erst das raus was wegrollern kann und gold kommt an dritter stelle so wie gesagt wenn wir denn nachher eine werkstatt haben dann wird das alles wird das alles gehen vielleicht kann das ja unser batterie home werden oder so weiß ich noch nicht müssen wir mal gucken so ec10 haben allerdings haben wir jetzt machen noch ein ec10 chip ja man könnte das auch mit logischen bauteilen machen aber wir machen es jetzt so so wir brauchen dinge ach dann brauchen wir noch filter 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 wir brauchen co2 co2 das ist der normale filter ich wollte mal gucken ich habe ja die mediums auch schon hier wird heavy filter werden wir wahrscheinlich noch nicht bauen können kann oder braucht mehr stelle das habe ich alles für die scheiben verbraucht carbon dioxide genau da haben wir ein medium wenn auch medium konnten wir glaube ich bauen genau eisen silber und konstantan haben wir ja eigentlich alles so warte mal eisen silber konstantan eisen silber konstantan konstantan haben wir hier drin das müsste ja das hier sein ja genau konstantan hammer eisen haben wir glaube ich hier noch drin genau eisen hammer das können wir wieder reinschmeißen eisen silber und jetzt brauchen wir noch silber genau silber hatte ich ja hier noch das müssen wir jetzt mal noch schmelzen das hatte ich ja extra noch aufgehoben so naja das wird doch langsam so silber haben wir also ja das ist halt ein ofen der funktioniert jetzt erstmal grundlegend das daylight habe ich damit ja auch gemacht das war zwar ein bisschen tricky aber es hat funktioniert naja dann haben wir es ja schon fast wieder geschafft hier dann können wir jetzt noch machen wir noch zwei heavy filter medium filter wie gesagt die habe ich ja schon mal gebaut für die anderen anlagen für die sauerstoff und wasserstoff filtration so da müssen wir noch das wasser verlegen das brauchen wir auch noch so dann bauen wir mal zwei filter co2 genau co2 nicht dass ich jetzt die falschen baue und dann bauen wir erstmal auf lassen das ding erstmal brumm da oben der kann erstmal co2 kann erstmal ziehen ja das dauert ja sowieso eine weile bis wir da wirklich so weit sind so was brauchen wir nicht die heavy cable brauchen wir nicht das heißt die können wir mal weg da tun dann haben wir nämlich hier noch platz um noch den zweiten filter quasi hier aufzunehmen okay hammer hier haben wir noch das können wir jetzt nicht aufnehmen weil wir nichts ablegen können aber wir können das mal hinschmeißen und schmeißen das mehr rein falls ja wieder irgendwie durchzug ist fliegt das alles rum das wollen wir auch nicht so geht los dann bauen wir jetzt die filtration auf also zumindest den saugfilter für co2 dann müssen wir die ankopplung an die kühlanlage machen das war das co2 kühl kriegen 20 grad selbst haben so okay ich würde sagen wir bauen die wirklich hier einfach so kackfrisch hin das ist ja eigentlich in ordnung kann ja so bleiben dann haben wir jetzt auch nicht hier 300 meter rohr so alles was nicht co2 ist wird wieder gewästet wobei ich das eigentlich so nicht schön finde weil man wenn man hier rangehen will dann fliegt man immer weg von dem scheiß aber machen wir jetzt erstmal so spielt keine rolle so wo haben wir strom strom haben wir da unten ja da können wir hier innen eigentlich auch mal den strom nach oben legen dann haben wir den auch hier oben an der ecke genau das können wir machen genau okay dann zeigen wir uns mal rein ja oxygen ist alles klar habe ich verstanden so so das wollte ich machen kupfer hätten wir auf jeden fall noch sehr schön ja hier muss man jetzt beim cycle noch ein bisschen aufpassen hier muss man auch wirklich zeigen sonst hat man die gase halt hier wieder drin aber ist kein problem wir haben ja was zum ablassen und für den notfall so das wird ja ein spaß hier mit den leitungen naja dann machen wir hier mal wieder die typische krisi version mal gucken ob wir das da oben sehen ja wir sehen es hier oben alles klar nein ich wollte l drücken nicht ja so müssen wir gucken hier müssen wir eigentlich durchkommen okay das heißt wir müssten jetzt eigentlich auch schon strom haben vorausgesetzt wir könnten das jetzt hier schon anbauen so da würde ich sagen damit wir jetzt nicht allzu viel platz verlieren holen wir uns jetzt mal hier ein einen saug und ich würde sagen wir machen noch einen zweiten dazu einfach um jetzt noch ein bisschen mehr mole rauszubekommen pro 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 saugvorgang denn das ist nämlich so dass jedes jedes viereck von so einem von so einem ja von so einem quadrat sozusagen ist ja auch dann eine möglichkeit wo wir gase saugen können so jetzt müsste das ja schon gehen das tut es auch und das wird jetzt natürlich alles scheiße heiß sein aber nicht das problem weil hier haben wir unsere kühlleitung ich gehe davon aus dass das unsere kühlleitung ist wir gucken mal ja das ist er und das heißt hier können wir jetzt dann den dings hier versinken da brauchen wir gas und gas genau aber wir müssen den nochmal drehen das war falsch rum gedreht jetzt merkt er schon wie ich wegfliege ich weiß nicht warum das jetzt nicht sich nicht in die richtige richtung dreht so soll dass ich drehen genau das haben wir denen dass der heat exchanger gas genau das ist aber jetzt blöd gewesen weil hier kriegen wir jetzt doch da kriegen wir ein rohr weg doch das geht das geht das geht das ja das kriegen wir hin wo ist jetzt hier mein hier ist ja das war schon wieder schlecht so wieso hat er jetzt die tüte macht was hat dafür ein problem ach weil ich das rohrsystem erinnert habe ja 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 ich verstehe so jetzt müssen wir aber jetzt haben natürlich den tank dahin gebaut habe ich wieder falsch gemacht eigentlich weil hier muss jetzt noch das ventil dazwischen aber das können wir auch anders machen wir können das ventil auch dahin bauen das geht schon das kriegen wir schon hin aber hier kann ich nicht drüber springen wegen der blöden leitung das ist eigentlich auch blöd ja oxygen ist low das ist klar so wir können das aber auch anders bauen und zwar genau ich habe eine idee wie wir es bauen habe ich keine rohre mehr da wir haben keine rohre mehr das kann auch nicht wahr sein ach hier kann ich ja jetzt doch hier kann ich nicht würde ich gerade sagen das geht so jetzt brauchen wir noch rohre haben wir keine rohre mehr ist hier wirklich schmissen aber so viel rohre verboten obwohl hier 26 rohre hatten wir ja nur so aber hier müsste jetzt eigentlich co2 ankommen ja das tut sich auch aber da haben wir schon 5 megapaskal alter wir haben schon 5000 mol alter das ist ja krank das ist richtig krank das ist richtig krank so hier muss jetzt noch eine ecke dran und aber das wird nicht gehen glaube ich wenn hier eine ecke dran ist und hier eine dran ist dann passt dazwischen keine dings mehr naja dann müssen wir es anders machen ja dann machen wir es so und dann kommen wir von hier oben und gehen hier runter und gerade ja so können wir es machen da haben wir dann unser digitalventil genau das können wir hier direkt aufsetzen ja genau das können wir direkt aufsetzen das digitalventil ja wie rum das ist ist ja im prinzip egal kann man sich auch so hin machen dann können wir es im notfall auch noch bedienen ja wenn wir wollen oder vielleicht nervt ne vielleicht sollten was andersrum bauen dann kommen wir da besser ran ach mensch genau ne so ne das ist ja auch blöd so genau dann können wir nämlich hier hingehen können es einschalten wenn wir wollen und hier können wir jetzt dann mit der stromleitung ach können wir ja nicht hier müssen ja rohe lang doch ne können wir doch können wir doch können wir doch zurückgehen ich glaube es wird gehen oder meint da immer dann roh durch ich jetzt hier wenn ich jetzt hier mit einem kabel lang gehe kriegen wir da noch ein rohr hin dass die frage da wir werden es ausprobieren so das ist natürlich zu muss es ja auch sein so jetzt war ich kurz verwirrt wo ich bin lalalalalala ja das müssen wir auf jeden fall müssen wir auf jeden fall ja machen lassen das ding so hier brauchen wir jetzt dann das silizium genau habe ich noch insulated pipes nein aber ich könnte ja mal was essen und ich könnte noch was trinken jetzt brauchen wir insulated pipes weiter weiter ich habe über 300 silizium gesammelt krasser scheiße kann ich mir gar nicht daran erinnern lang ist ja so wir brauchen pipes und vielleicht brauchen noch ein paar mehr pipes wenn er das jetzt wieder ein bisschen komisch verlegen müssen das werden wir sehen so das ding wird sich um co2 kümmern und wir brauchen wir brauchen doch noch eine volumenpumpe ach Mensch hör doch auf so wir brauchen noch eine volumenpumpe die muss uns dann nämlich das co2 da rein pumpen mit einem liter pro weiß ich nicht was oder so so eine volumenpumpe genau da kommen wir doch aber von dem rohr kommen wir doch jetzt auch wieder nicht auf irgendeine volumenpumpe weil da ein kabel durch geht moment dann mache ich wieder so ein frickelkram ach ja das kriegen wir schon auf jeden das ist wieder nicht nachgedacht beim bauen das ist wieder so typisch krisi ja so ich ja das diesmal baue ich das total toll da oben da habe ich das natürlich alles so klein gebaut und so durcheinander das ist eigentlich total blöd das was ich je gemacht habe aber ist egal ist egal so wir gucken mal ob wir jetzt hier ein bogen dran kriegen oh ja hier kriegen wir einen bogen dran das ist sehr sehr schön so jetzt müssen wir hier ein t-stück dran bauen und hier ein gerades stück hier ein bogen und hier wieder ein gerades stück so jetzt haben wir das angekoppelt an den tank also naja noch nicht noch ist es ja aus das heißt die temperatur bleibt stabil oxygen low ja hier ist viel co2 in atmosphäre also ist echt krank man ist echt krank so wie viel machen wir denn machen wir auch 15 oder was ja machen wir 15 15 sind okay so hier kann es ausmachen 15 megapaskal sind 14.000 co2 sehr schön so jetzt müssen wir aber noch von diesem rohr hier hier rüber gehen und da dran weil wir müssen ja das co2 noch applizieren das heißt wir machen erstmal ein rohr dran äh ne ne ist das ein nein das ist auch kein gerades rohr das ist ein gerades rohr achso das geht nicht weil ich keine zange in der hand habe hier kein schalüssel so das machen wir jetzt aber hier ein bisschen doof aber auch wieder schön so nicht so einfach nur weil das jetzt so aussieht so dann brauchen wir eine volume pump die volume pump wird das ganze natürlich rein pumpen wollen die stellen wir jetzt mal auf null dass hier nichts passiert und jetzt müssen wir mal gucken wo müssen wir hin wir müssen an dieses rote rohr hier das hängt nämlich am tank genau ähm da werden wir wohl mit sechs rohren nicht weit kommen denke ich mal äh wo hat dann das jetzt hin ja so ist richtig genau ach da habe ich wieder so viele rohre hier dran gebaut die ich gar nicht brauche und eigentlich die könnten wir auch zurückbauen weil das war eine auspuffrohre brauchen wir nicht mehr doch brauchen wir die brauchen wir noch die brauchen wir noch aber die hier nicht mehr ich muss aufpassen dass ich jetzt nicht die dings zurückbaue ja das meine ich da sind die sachen die man aufeinander stapelt äh baut also rohre an an dings macht man beides mit dem selben ding auseinander ja mit dem selben ding es ist irgendwie blöd aber egal das ist es so das ist ich meine ja mit dem schraubenschlüssel macht man die dinger hier weg und die rohre deswegen ist es irgendwie ein bisschen doof aber gut das heißt so jetzt brauchen wir noch ein paar kabel wir brauchen ja möglicherweise auch noch licht deswegen habe ich auch die scheiben so rumgebaut weil ihr werdet euch natürlich fragen wieso baut man zur hölle baut man die scheiben so die habe ich extra so gebaut wenn ich hier noch was dran bauen will das geht immer nur von der weißen seite ja so hier sieht man das von der innenseite da kann man sachen dran bauen auf der grauen seite nicht also wenn ich hier lampen anbauen wollte von innen geht das nur von der weißen seite deswegen haben wir das so gemacht so das ist co2 co2 ist dran okay können wir so lassen die tesslich aus aber war das schon jemals anders bei mir nein war es nicht also lassen wir das so so jetzt können wir mal gucken ob wir kühlen können was haben wir denn hier auf der kühlen seite da haben wir ja noch gar keine atmosphäre da können wir ja nicht kühlen doch können wir indem wir die hier aufmachen dann geht ja co2 da rein und dann haben wir ein kühlmedium weil hier ist ja schon was drin genau hier sind die 12 mega pascal drin warte mal was habe ich denn jetzt was habe ich denn jetzt gebaut jetzt habe ich doch jetzt habe ich ja was richtig blödes ja wir haben uns ans kühlmedium angeschlossen haben war sieht man ja hier an dem rohr auch man krise ok naja dann wollen wir das wieder ab ja das ist ja das rohr muss nämlich woanders dran hier das hier ist die kühlseite ich sehe nichts so jetzt ist es denn richtig glaube ich ich war ja hier haben wir noch nichts drin weil das fenster ist noch nicht auf aber hier haben wir jetzt natürlich muss das jetzt erstmal unter kühlen weil ich da heiße gase gerade eingeführt habe in das system aber das ist die kühlseite genau so und das hier dieses rohr muss ja eigentlich da dran also können wir das hier noch schnell nee das muss eigentlich eigentlich muss es genau da dran das ist richtig aber es muss anders verlegt werden und zwar aber wir arbeiten analysts haben Sie am War da schon so viel Druck drin? Oh, oh. Oh, ich wusste es. Ich wusste es, ich habe die 67 gesehen und dann dachte ich mir so, ja, kann man mal machen. Oh, können wir jetzt mal langsam hier. So, dann geht es weiter. Naja klar, schneiden die Rohr von der Seite ab, wo der Druck dann größer wird. Aber es war ein guter Sprung, also ich fand es gut, hat Spaß gemacht. So, ja, auch schön. Ich wollte das Rohr sowieso nicht mehr haben, das hat mir nicht gefallen. Deswegen, ja, war das okay soweit. Also ich war damit einverstanden. So, haben wir. Jetzt haben wir hier den vollen 10 Megapascal draufstehen. Wieso sind das nur noch 10? Ach, weil sich das hier aufgeteilt hat auf das Rohr. Ja, 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 ja. Okay, so, jetzt gucken wir mal jetzt hier. Jetzt haben wir hier irgendwie minus Pengen, 8 Grad haben wir hier. Hier haben wir nichts, weil hier ist noch keine Atmosphäre drin. Aber wenn wir das jetzt anmachen, dann müssten wir hier jetzt irgendwie sehen, dass es runter geht. Ja, das ist so. Okay. Und jetzt gucken wir mal, wenn wir das ausmachen, wie lange braucht das, wie lange kühlt das noch nach? Gar nicht mehr. Ja, das ist ja geil. So. Naja, wie weit heizt sich das hier auf? Ah, 180 Grad haben wir schon. Ah, ist okay. Ja, das muss ich jetzt natürlich amortisieren sein, schon equalisieren. Also, es gleicht sich jetzt aus, die Temperatur. Aber, ja, ist doch okay. Kann ich ja mit leben, ne? Na, also von 460, 60 Grad auf 360 Grad, oder 350 jetzt schon runter, ist doch eine gute Sache. Ich mach mal Licht aus. Boah, ich bin auch ein bisschen aufgestoßen hier gerade. So, wir müssen halt nur aufpassen, wenn das hier 1000 Grad heiß wird hier, was hier passieren kann und auch nicht schlimm wäre, dass uns die Rohrleitung platzt. Deswegen, wir haben jetzt hier ordentlich Mulze drin. Hier an jedem Rohrabschnitt sind jetzt hier 2000 Moll drin. Oder, ne, in diesem Rohrabschnitt sind 2000 Moll drin. In diesem Rohrabschnitt ist noch nichts drin. Geht auch noch nicht, weil we have no temperature. Und dann sollten wir uns vielleicht, wenn wir so eine Aktion jetzt machen mit unserer Klimaanlage, uns vielleicht überlegen, dass wir jetzt wirklich die vierte da hinten noch mit dran bauen. Mal sehen, ob wir uns diese Folge machen. Ne, oh, diese Folge machen wir es gar nicht mehr, weil 29 Minuten sehe ich gerade. Ups, na denn? Gucken wir uns den Sheet dann nachher an. Also, für euch dann am nächsten oder übernächsten Tag. Aber für mich ist das nachher, weil ich nehme ja ein bisschen eher nacheinander auf jetzt hier gerade. Ja, weil, ja, möchte ich gerne so machen. Wir sehen uns. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wenn nicht, dann schreibt es in die Kommentare. Wenn ja, schreibt es auch in die Kommentare. Fleißig, Daumen nach oben bitte, damit wir beim YouTube-Algorithmus noch mal ein bisschen nach oben rutschen. Und die Leute aufmerksam werden auf diesen Kanal. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss. Euer Chris.